Bye-bye blonde Wallemähne. Sonja Kraus verabschiedet sich von ihrem alten Look. Viele Jahre sind die langen Haare das Markenzeichen der Moderatorin. Durch eine Chemotherapie im Zuge ihrer Brustkrebserkrankung verliert sie jedoch eine Menge davon. Inzwischen ist Sonja wieder krebsfrei, ihre alte Haarpracht hat sie aber noch nicht zurück. Das Tok-Tok-Tok-Gesicht stören vor allem die langen Zotteln, die sich von ihren kurz nachgewachsenen Haaren abgrenzen. Die Lösung? Eine radikale Veränderung. In einem Video dokumentiert Sonja, wie ihr ein Kurzhaarschnitt verpasst wird. Das Ergebnis scheint ihr sehr zu gefallen. Ich bin mir selbst noch ganz fremd. Es sieht so elegant aus. Die 48-Jährige hat eigentlich schon länger vor, sich einen Bob schneiden zu lassen. Ihre Söhne sind damals allerdings dagegen. Jetzt zieht Sonja endlich ihr Ding durch und könnte darüber wohl kaum glücklicher sein.